Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 18. Januar. Schulen bieten Distanzunterricht an, das Aquarenerbad soll wieder eröffnet werden und Dominik Mappes spielt ab der nächsten Saison für die HSG Wetzlar. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Mittelhessen müssen sich Schüler am Donnerstag aufgrund der Wetterbedingungen auf Distanzunterricht einstellen. Im Lahn-Dill-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg bieten Schulen Distanzunterricht an, während sie gleichzeitig eine Notbetreuung sicherstellen. Die Präsenzpflicht ist am Donnerstag in den Schulen des Landkreises Gießen und der Stadt Gießen ausgesetzt. Die Schülerbeförderung kann nicht im gewohnten Umfang gewährleistet werden, daher dürfen Eltern und Schüler selbst entscheiden, ob ein sicherer Schulweg möglich ist. Verschiedene Schulen, wie die Lahntal-Schule Biedenkopf, die Europaschule Gladbach, die Gesamtschule Niederwalgern und die Mittelpunkt-Schule in Dautvetal, haben angekündigt, den Präsenzunterricht auszusetzen und Distanzunterricht anzubieten. Nicht alle Schulen in der Region setzen den Präsenzunterricht aus. Die Sophie-von-Brabant-Schule, die Gerhard-Hauptmann-Schule in Marburg und die Grundschule in Marbach planen, am Donnerstag regulären Unterricht durchzuführen. Das hessische Kultusministerium informiert, dass es in extremen Wetterlagen im Ermessen der Eltern liegt, zu entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist. In solchen Fällen müssen die Schulen jedoch informiert werden. Das Aquarena-Bad in Dillenburg sei 2020 geschlossen und ein Sanierungsfall soll nach aktuellen Plänen im Jahr 2026 wiedereröffnet werden. Die ursprünglich bis Sommer 2022 geplanten Reparaturen verzögerten sich aufgrund unerwarteter Schäden. Das Bad, das im Jahr 2002 eröffnet wurde, leidet unter faulenden Rundholzstützen und weiteren Defekten. Die Chronologie der Sanierungsarbeiten begann im Jahr 2019, als erste Schäden festgestellt wurden. Die Bauarbeiten konzentrierten sich auf die Stützen, die Glasfassade und die Beckenumgänge. Während der Sanierung traten zusätzliche Probleme in der Beton- und Dachkonstruktion auf, was zu einem Baustopp und weiteren Untersuchungen führte. Das gesamte Dach des Bades, das gravierende Mängel aufweist, wird nun erneuert, um auch eine Photovoltaikanlage tragen zu können. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 5,3 Millionen Euro. Die Stadt Dillenburg sucht derzeit nach einem Planungsbüro für die technischen Einrichtungen, einschließlich der Lüftungs- und Chlorgasanlage. Die Wiedereröffnung des Bades ist nicht nur für die Stadt Dillenburg, sondern auch für Vereine, Schulen und Kitas von großer Bedeutung. Im Kreistag von Limburg-Weilburg brodelt es innerhalb der AfD-Fraktion. Günter Eber, ein Landwirt im Nebenerwerb und ehemaliges Mitglied der CDU, trat für die AfD-Kreistagsfraktion an und wurde nach seiner Wahl Mitglied der Partei. Er gab jedoch kürzlich zu, dass er nie wirklich hinter den Inhalten der AfD stand und trat am 29. Dezember 2023 aus der Partei aus. Nach diesem Schritt steht er nun vor einem Ausschluss aus der Kreistagsfraktion. Eber plant, sich dem Bündnis Sarah Wagenknecht anzuschließen und eine eigene Fraktion zu gründen. Die Situation in der AfD-Fraktion spitzte sich zu, als Eber seine Kollegen als unfähig und politisch inkompetent beschrieb. Er wirft der Partei Islamfeindlichkeit vor. Die AfD-Fraktion, angeführt von Egon Maurer und Maisam Etemay, weist Ebers Vorwürfe zurück. Sie betonen, dass Ebers islamischer Glaube für die Partei irrelevant sei. Etemay kritisiert Eber für Äußerungen auf Facebook, in denen er sich gegen Israel positionierte und Sympathie für den türkischen Präsidenten Erdogan zeigte. Maurer und Etemay planen, den Ausschluss Ebers aus der Fraktion voranzutreiben. Der Konflikt und die bevorstehenden Veränderungen könnten die Struktur der AfD-Kreistagsfraktion nachhaltig beeinflussen. In Gladenbach herrscht Besorgnis über den Hochwasserschutz an der Salzböde. Trotz Investitionen in Rückhaltebecken erleben Anwohner regelmäßige Überschwemmungen. Klaus Schneider kritisiert das Becken in Weidenhausen, das trotz eines Volumens von 200.000 Kubikmetern und Kosten von 3,3 Millionen Euro das Wasser ungehindert passieren lässt. Der Gewässerverband Salzbödetal, verantwortlich für den Betrieb, erklärt, dass das Becken nur bei seltenen Hochwasserereignissen eingreift. Geschäftsführer Thomas Brunner warnt, dass vorzeitiger Stau das Risiko eines Dammbruchs erhöhen könnte. Hochwasserschutz sei eine Gemeinschaftsaufgabe. Schneider hält entgegen, dass leichte Aufstauungen am Becken viele Überschwemmungsschäden verhindern könnten, ohne das Risiko eines Dammbruchs zu erhöhen und schlägt vor, den Uferbereich als zusätzlichen Retentionsraum zu nutzen. Dominik Mappes wird ab der nächsten Saison für die HSG Wetzlar spielen. Die Verhandlungen zwischen dem Spieler und dem Klub begannen im Jahr 2018, aber der Wechsel kam erst jetzt zustande. Zuerst wechselte Mappes vom TV Hüttenberg zum HCR Langen und dann zu den Eulen Ludwigshafen. Im Jahr 2021 kehrte er zum TV Hüttenberg zurück, bevor er zum VfL Gummersbach wechselte. Während seiner Zeit in Gummersbach wurde er sogar in das vorläufige Aufgebot der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im Jahr 2023 berufen. Trotz früherer Angebote und Interessen seitens der HSG Wetzlar führten erst die letzten Gespräche zum erfolgreichen Wechsel von Mappes zur HSG, wo er ab der kommenden Saison spielen wird. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de. Grauer kom... unsper acholing... ein... Im aus ripping aus unten